Folge mir. Ja, Vater. Hier. Wusstest du, dass das hier ist? Ich weiß nicht mal, ob wir noch bei mir zu Hause sind. Versteck dich, Black. Maman? Vor hundert Wochen ist sie verschwunden und hundertmal wollte ich es dir erzählen. Nohu, Dusu, duale Metamorphose. Hundertmal habe ich versucht, Lady Bugs und Cat Noir's Miraculous zu kriegen, um sie zurückzubringen. Dabei war die Lösung gleich hier unter meinem Dach. Ephemeral, ich bin dein Vater, Shadow Moth. Ich verleihe dir die Macht, die Zeit zu beschleunigen und mir zu helfen, deine Mutter zurückzubringen. Als Gegenleistung verlange ich Lady Bugs, Miraculous und deins. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Nein, nein. Hast du mich verstanden, mein Sohn? Ja, Vater. Kawasaki! Schluss, Kwame! Okay, von jetzt an bin ich dein Meister. Hallo, Lady Bug. Tiki, verwandle mich! Spielsbringer! Ist das etwa die Stunde deiner Niederlage? Tut mir leid, ich verspreche, es dauert nicht lang. Wenn man Spaß hat, rast die Zeit nur so davon. Weglaufen ist zwecklos. In wenigen Sekunden bist du wieder ein einfaches Mädchen ohne Superkräfte. Seth ist in meinem Nähkasten. Marinette! Die Ohrringe gehören mir! Nein, nein! Adrian, Hilfe! Mein größter Wunsch wird nun endlich in Erfüllung gehen. Oh, Entschuldigung, Marinette checkt mich! Seth! Ihr weiß es schon gut. Seth! Marinette hat mir das geschickt. Ich glaube, sie will, dass ich zu diesem Moment zurückreise, aber sie weiß, das kann ich nicht mehr. Du kannst das nicht, doch ich schon. Ich kann zu jederzeitlichen Markierung reisen, die irgendwann gesetzt wurde. Aber wenn ein Kwame seine Kraft ohne Besitzer einsetzt, hat es furchtbare Konsequenzen. Die Situation muss wirklich aussichtslos sein, wenn die Hüterin das vorschlägt. Oh! Oh nein! Nicht doch, nicht schon wieder! Das ist das Ende der Welt! Was ist hier los? Shadow Moth hat wohl Lady Bugs und Cat Noir's Miraculous und konnte seinen Wunsch nutzen. Wieso ist es dann das Ende der Welt? Stell dir die Welt als Notizblock vor. Alles, was du aufgeschrieben hast, ist blau. Aber jetzt soll es rot sein. Bevor du alles in einer neuen Farbe aufschreiben kannst, musst du erst alles löschen, was schon blau ist. Das passiert, wenn sich jemand was wünscht. Das Universum wird zerstört und dann wieder neu aufgebaut. Aber wer weiß wie! Seth! Schnell! Zweite Chance! free Hufflepacks. Aufmerksamkeit. Vielen Dank.